Regeln Nr. 95 Kleiner, Konzentration! Lass mich doch mal hier all in Ruhe! Ah, okay, das gibt uns Herkulade. Das ist gut zu wissen. Und wir haben das... Uh, nicht. Vorne sehe ich noch eine Vase. Was eine Katastrophe, ey. Oh Gott, da war ich... Früher war ich besser in dem Spiel als heute. Jo, am 11.00 Uhr bei gelaufen. Das habe ich durch den Pixelmatsch nicht gesehen. Gib Gas. Oh ja, Unsichtbarkeitsmuskel. Dankeschön. Ach komm, E. E, lass mal E sein. Die Playstation ist angegangen. Ich habe jetzt übrigens bei Dying Light Platin geholt. Ja, das geht doch. Okay, davon ist das Ende. Wir haben noch mal einen aufs Maul gekriegt. Was gemacht! Ausgezeichnet! Super. So, jetzt trinke ich auch wieder was. Jetzt war ja ein schnelles Level. Aber wir kriegen keine Vasen. Wir kriegen keine Vasen. Es gibt übrigens immer vier Level, äh... Vier Vasen. Wär hätt's gedacht. Wenn das Passwort aus vier Vasen besteht. Was kommt denn jetzt für ein Level? Wow, zwei Buchstaben. Ich bin begeistert. So, jetzt könnt ihr schön sehen, wie toll ich es synchronisiert habe. Gut gemacht! Ausgezeichnet! Was macht das? Der sagt eigentlich immer ausgezeichnet! Und dann danach irgendwie so... Ich weiß nicht, was das sein soll. So, wir dürfen aber nicht abspeichern. Weil wir die Vasen nicht eingesammelt haben. Oh, im Wald der Zentauren. Da ist unser erster Boss-Gegner. Ein lilanes Zentaure. Lilaner-Zentaure. Hm. Dat Deutsch. Okay. Hier kann man auf jeden Fall auf Bäumchen hochklettern. Und da haben wir schon das erste Buchstaben gedöhnt. Gedöns. Ein Haar. Das habe ich gerne gemacht. Weil er kann eigentlich so lange wie möglich die Luft anhalten. Dass er irgendwann erstickt. Nee, ersticken tut er nicht, aber... Äh, ja, ne. Ach Mist, ich wollte doch danach hochklettern. Ah, der war im Hintergrund? Äh, 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 äh. Ich glaube, man kann nur... Ne, man kann auf alle hochklettern. Und das E. Äh, äh! Der ist voll süß, der Klerk. Ich mag den. Dreimal? Aha. Guck mal einer. Guck mal einer. Sieh. Sieh mal einer. Guck. Okay, ich muss jetzt hier jeden Baum anrammeln. Weil könnte ja sein, dass man da hochklettern kann, ne? Das Spiel habe ich echt gerne damals gezockt. Ich habe zwar... sehr selten es zum Endboss geschafft. Aber es hat immer wieder Spaß gemacht. Ach. Also... Im Springen ist nicht so geil mit dem Angreifen. Quietsch. Hä. Kaculade. Kaculade. M-Münzchen mitnehmen. Genau, hier kommt man nach hinten. Und dann kann man nämlich hier nochmal nach vorne. Den Baum kann man auch nicht hoch. Und dann hätten wir unsere erste... äh... Vase. Ich bin mal gespannt, ob wir hier alle kriegen. Ach, hier sind doch irgendwo diese komischen schwarzen Viecher. Die mag ich nicht. Okay, ich brauche nur zweimal die dünnen. Ich finde das süß wie die sterben. Jetzt kommt hier so ein schwarzes Teil, ne? Das springt einen, glaube ich, an. Ne, den machen wir erstmal ohne. Ganz viele Items hier. Zweite Vase. Buchstabe, Münzen, Kaculade. Besser kann's nicht gehen, ne? Schwert. Jetzt gleich kommen die Centauren im Hintergrund. Die Sachen auf uns schmeißen, glaube ich. Ja, ist ja gut. Ey. Junge. Ja, ist ja gut. Okay, der ist tot. Ich mag das, wie er da liegt. Ich hab nur so wenig Energie. Die. Ding, ding, ding. Oh. Dankeschön. Oh, die Musik ist so top in dem Spiel, ne? Ich liebe die. Fuck. Nein. Na ja, gut. Immerhin hab ich sechs Leben. Von daher. Die ist noch okay. Jetzt kommt ja Fetty hier wieder, ne? Nee, Fetty ist weg. Das ist schön. Ich mag das, wie er sich umguckt und nach mir sucht. Wie er dann immer so den Arm hebt. So, als ob ich irgendwie da drunter wär, oder so. Weil der Vogel da oben ist auch weg, das ist schön. Jetzt weiß ich nicht, muss ich hier lang? Naja, kann ich gerne hier lang. Nee. Dann muss ich wohl hier lang. Dann switchen wir mal direkt aufs Feuerschwert. Was kriegt der nämlich direkt noch mal fallen aufs Maul? Ja, hier ist doch bestimmt irgendwas. Okay. Dann muss ich noch mal zurück. Weil... Was ist denn hier, wenn man erreicht... Ach nee, von hier kamen wir, ne? Nee. Hier war nix. Doch, von hier kamen wir. Okay, dann mussten wir hier hin. Na gut. Kann man hier hoch? Nein. Ich mag auch... Ich find das total toll, wie die Baum... Wie nennt man das denn? Wipfel? Nee. Okay. Also halt dieses Laub an dem Baum. Wie das aussieht so. Gekringelt. Wie auch so vieles hier im Spiel aussieht so. Gekringelt. Zum Beispiel der Stein ist gekringelt. Das Kinn von, äh... Das Kinn von, äh... Herkules ist gekringelt. Der Strauch hier vorne ist gekringelt. Der Baumstamm ist gekringelt. Alles ist gekringelt. Noch irgendwas gekringelt? Der Meer gibt es ja ja nicht bisher. Da, guck hier. Der Stein da ist gekringelt. Hier unten der Stein ist gekringelt. Alles ist... Alles gekringelt. Verzieht euch. Ich hasse diese Drecksvögel. Ah. Dieses Vieh, ne? Das springt eigentlich immer an. Okay. Oh, 3D-Lauf. Da oben ist ne Ehe. Und da denkt man sich, hm, wie kommt man da hin? Ah, Drecksvieh. So nicht? Äh... Ah, hier ist nochmal so ein Weg. Aber ich geh erstmal hier oben lang. Dann kann man nicht hier hochklettern. Oh, da ist noch ein Herkulade. Ha! So, ganz viele Items wieder, weil jetzt gleich kommt, glaube ich, schon der Bosskampf. Aber den kann man, glaube ich, gar nicht... Den kann man damit gar nicht kaputt machen. Mit dem Zweikir, das wir hier kriegen. Unsichtbarkeitsschild. Ein Unsichtbarkeitsschild! Okay. Okay, da sind nochmal... Okay. Lass mich in Ruhe. Lass mich mit euren Kacksteinen in Ruhe. Okay. Oh, der hat die Ebene gewechselt. Das ist ein schwarzes Vieh wieder. Das ist ein schwarzes Vieh wieder. Warum hat der zwei ausgehalten? Okay. Aber dieses Mal habe ich mir dieses... Äh! Wenn ich aufs Maul davon bekommen. Lass mich in Ruhe. Und hier waren das echt nur die ersten zwei Bäume. Darum sind zwei Vögel. Ich habe ihn getötet und er hat mich angegriffen. Nice. Meine Füße fallen ab. So ganz dezent. Aber ich freue mich gleich schon aufs Wendchen. Ach, Leute! Ist das alles scheiße ernst oder was? Ein verpixeltes Etwas. Oh... Ach... Mann, ich brauche nicht da vorne. Das. Das brauche ich! Oh nein! Nö, 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 nö. Holy moly. Da war aber noch eine. Oh, da ist noch eine. Ich hab aber... da vorne war noch... Die hab ich ganz genau gesehen, dass da noch eine stand. Ha! Ich bin noch ein oller Vogel. Was ist das? Hm. Manchmal sieht man die Wege nicht, ne? Manchmal sind die hier angezeichnet. Ist ja so ein Radespiel, ne? Oh, jetzt können wir uns die nochmal aufladen. Ich bin noch ein Radespieler. 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 Ich bin noch ein Radespieler.